Ach, ach, komm endlich aus deiner Scheide, du verdammtes Schwert. Nein! Was? Wer bist denn du? Ich bin die Schicksalsschnalle. Wer bist du? Ich begleite die störrische Scheide. Aha. Bevor du das Schwert siehst, musst du mit den bloßen Händen drei große Taten vorbringen. Ach, kein Problem für mich. Ich suche mir gleich mal ein paar Opfer. Und danach gehe ich gleich zum, wie heißt das? Donjon. Ja, Donjon, tolle mir die Pfeife des Schicksals. Hat er Donjon gesagt? Donjon, die Hörspelserie Staffel 1 und 2 im Donjon-Podcast. Einfach in der Podcast-App Donjon eingeben. D-O-N-J-O-N. Donjon. Abonnieren und Spaß haben. D-O-N-J-O-N-J-O-N. Untertitelung des ZDF, 2020